Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Jeremy Pascal Wollny, der zu den schweren Vorwürfen von Kalanta Wollny jetzt anfängt was zu sagen. Er kündigt an, dass er jetzt was aufarbeiten möchte, also die letzten Jahre und auch die ganzen Dinge und Anschuldigungen nicht mehr auf sich sitzen lassen möchte und für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, ich hatte vor einigen Monaten schon darüber berichtet, Kalanta Wollny, die Schwester von Jeremy Pascal, hat schwere Vorwürfe gegenüber der Mutter, aber auch in erster Linie gegenüber Jeremy Pascal verlauten lassen. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung, es ist da von sexuellen Übergriffen, Vergewaltigung und Co. die Rede, auch generell schwere Vorwürfe gegenüber der kompletten Familie, dass das da alles im Prinzip geldgeile Leute sind und keiner auf ihrer Seite, dass sie auch ihre Tochter nicht sehen darf und Co. Also es sind alles Themen, die sehr, sehr heikel sind und für Jeremy Pascal und die komplette Familie Wollny gilt natürlich die Unschuldsvermutung, dennoch fand ich sie jetzt nicht unglaubwürdig in dem, was sie dort gesagt hat, auch wenn viele das hinterfragt haben, weil sie ja auch oft sehr negativ in den Schlagzeilen war und auch sehr akute psychische Probleme immer mal in den letzten Jahren hatte. Und nichtsdestotrotz werde ich weiterhin darüber berichten, das ist jetzt hier der Startschuss, denke ich, für weitere Videos, denn Jeremy Pascal Wollny möchte jetzt alles aufarbeiten aus den letzten Jahren in seinen Livestreams auf TikTok und das werde ich natürlich dann für euch hier vorbereiten und ja auch thematisieren. Aber ich würde sagen, wir hören jetzt mal hier kurz rein. So meine Lieben, wir haben 2.30 Uhr und ich muss mich mal jetzt zu Wort melden, denn ich habe jetzt einfach die Schnauze voll. Es geht mir jetzt nämlich nicht nur an die Substanz, sondern auch so mittlerweile an die Gesundheit, weil ich merke, das Ganze schlägt mir halt schon ein bisschen dann doch auf die Birne. Und ich habe jetzt die Fresse voll. Meine Familie und ich, wir haben gesagt, wir werden uns zu dem Thema nicht äußern und dem Ganzen keine Plattform geben, aber wir haben es jetzt lang genug versucht und ja, wie gesagt, mir geht das Ganze sehr, sehr nah und mich beschäftigt das so stark, dass ich wirklich Schlafstörungen und so eine Scheiße dadurch entwickelt habe. Wie gesagt, wir haben jetzt 2.30 Uhr, ich muss... Ja, die dann öffentlich arbeiten, auch die Existenz zerstören. Das ist jetzt bei ihm jetzt nicht so der Fall, dass er jetzt durch diese Fernsehsachen da irgendwie abhängig ist. Ich glaube, er geht einem normalen Job nach, zumindest das, was ich jetzt so gehört habe. Aber trotzdem ist das halt schon eine heftige Nummer, wo ich auch verstehen kann, dass man sich dann wehrt. Jetzt gerade eine Story, um euch einfach mitzuteilen, dass ich ab heute wieder live kommen werde auf TikTok und ich werde euch alles erzählen von A bis Z. Ich werde alles erzählen. Ich habe nämlich wirklich die Schnauze voll. Ich möchte einfach, dass ihr... Ich weiß, dass viele die ganzen Widersprüche... Ups, nächste Story. Ich weiß, dass viele die ganzen Widersprüche erkennen in dem Vorwurf, der mir, meiner Mutter und meinem Vater und was weiß ich, aber ich prinzipiell... Oder primär rede ich halt nur über, guck mal meine Haare, prinzipiell rede ich nur über meinen Vorwurf und über das, auch über alles andere. Wieso hatte ich keinen Kontakt zu meiner Familie? Das würde mich nämlich auch interessieren, weil Fakt ist, der Vater und er waren dann irgendwann weg aus der Sendung. Also er hat, glaube ich, länger noch stattgefunden bei der Sendung, aber irgendwann war er dann sehr plötzlich und abrupt weg und da wurde gar nicht so krass drauf eingegangen. Und das war dann immer so ein Draht-Thema auch für alle, die die Sendung da gesehen haben. Was ist denn da jetzt passiert? Ja, es war klar, dass sich die Eltern von Jeremy und Kalanta getrennt hatten. Das kommt halt mal vor, ja. Und da gab es ja auch irgendwelche Bücher von ihrem Vater, die war halt über und Co. Also alles sehr unschön öffentlich verlaufen. Die Silvia ist ja mit Harald jetzt auch schon ewig zusammen. Ich glaube, die sind mittlerweile auch schon über zehn Jahre zusammen. Und ja, in etwa so lange ist der Jeremy Pascal auch nicht mehr in der Sendung gesehen worden. Und jetzt gab es ja die Annäherung letztes Jahr wieder. Oder Anfang des Jahres, besser gesagt, wo auch das Thema so hochgekocht ist. Und auch darüber habe ich berichtet. Also schaut auch gerne die älteren Videos durch. Ich habe ja jetzt auch eine Playlist hier zu dem Wollen-die-Thema und bleibe natürlich auch für euch dran. Wieso habe ich die Aussage meiner Familie gegenüber getätigt und, 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 und. Ich werde über alles sprechen, weil ich möchte allen Menschen die Augen öffnen. So wisst ihr, das beschäftigt mich halt übertrieben, weil das einfach geisteskrank ist. Das ist so das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann. Und ja, keine Ahnung. Wie gesagt, das ist halt einfach zu krass, das Thema. Und deswegen... In der Tat ist es somit das Schlimmste, was man, glaube ich, jemandem auch, der in der Öffentlichkeit steht oder auch privat, ganz egal, antun kann, weil solche Gerüchte natürlich somit das Blödeste ist, was du über einen Menschen wissen könntest. Also Mord, Vergewaltigung, Schläger. Das sind so diese drei absoluten No-Gos. Gibt es noch was? Viertes, Fünftes. Aber es sind so diese drei Sachen. Ein Triebtäter, Vergewaltiger in jeglicher Form, Gewalttäter, Schläger und Mörder. Aber das sind so, glaube ich, so die drei absolut schlimmsten Dinge, die man jemandem vorwerfen kann. Habe ich jetzt gerade, keine Ahnung, kam der Entschluss und ich habe gesagt, das geht nicht mehr bis hierhin und nicht weiter. So wir haben versucht, einfach still zu schweigen so, aber es funktioniert nicht. Also Leute, ich bin ab heute Abend wieder live. Das wollte ich euch sagen. Ich bin wieder live, dann sprechen wir über alles. Wieso, weshalb, warum, wieso ist was passiert. Ich kann aber allen, die die ganzen Widersprüche, in die man sich verwickelt hat, selber nicht aufgedeckt haben. Kann ich nur jetzt schon den Wind aus den Segeln nehmen? Nein, natürlich ist da nichts dran. So, da ist gar nichts dran an den Vorwürfen, überhaupt nichts dran. Es ist nichts passiert. Was jetzt nicht so überlegt ist, jetzt dadurch, dass er sich dazu äußert und nichts ist an den Vorwürfen dran, fragen sich natürlich viele, ja, was ist denn jetzt mit den Vorwürfen, was gibt es denn überhaupt für Vorwürfe und was ist da los? Und viele kommen dann halt auf die Idee, vielleicht zu sagen, sie googeln oder, ja, dann wird das dann noch größer, das Thema Plus, dass natürlich jetzt auch die Berichterstatter, wie ich, viel lockerer drüber reden können, weil er ja jetzt auch drauf eingegangen ist. Ich weiß nicht, dass es da Vorwürfe gibt. Er wird zwar nicht so konkret, ich glaube, er hat vom Anwalt da auch so ein paar Sachen gesagt bekommen, aber wenn er jetzt auch in seinem Talk da intensiver drauf eingeht und Fragen gestellt bekommt in so einem Livestream, dann könnte das auch nochmal sehr, sehr spannend werden. Überhaupt nichts passiert und, ja, wie gesagt, kommt heute Abend gerne alle bei mir auf TikTok vorbei, teilt diese Story gerne und dann würde ich sagen, spart euch eure Fragen auf und dann hören wir uns heute Abend. Weil, ich sage euch das ehrlich, egal wie mental stark du bist, egal, also ich würde schon sagen, ich bin schon ein relativ mental starker Mensch, aber egal wie stark du bist, gerade auch wenn du eine Tochter hast und das bringt dich irgendwann in die Knie ohne Spaß und deswegen, ich muss dazu einfach was sagen. Ich denke auch, dass das nicht verkehrt war, dass er sich jetzt überhaupt mal äußert. Ich denke sogar, dass es sehr wichtig war, dass er jetzt mal dazu Stellung nimmt. Hier in der Story sagt er gar nichts großartig Wichtiges. Hier geht er quasi nur darauf ein, dass er die Türkei gegen die Österreich gespielt hat. Glückwunsch an die Türken und alle Österreicher, ihr tatet mir auch sehr leid. Und habe bei Uludag und Döner Österreich gegen die Türkei geguckt und das war ja ein sehr spannendes Spiel, muss man ganz ehrlich sagen, also war ja haarscharf. Und er sagt jetzt zwar eigentlich auch nur, dass der das Spiel ist und deswegen er vielleicht ein bisschen später live kommt oder halt die nächsten Tage und dass er sowieso mehrere Livestreams braucht, um diese letzten über zehn Jahre auch Revue passieren zu lassen und alles zu thematisieren. Und das werdet ihr natürlich auf diesem Kanal dann erfahren. Also mehr ist jetzt da gar nicht passiert. Aber ich denke schon mal sehr interessant für alle, die jetzt die letzten Monate auch bei mir mitverfolgt haben. Wie gesagt, lasst gerne ein kostenloses Abo da und schreibt eure Meinung zu dem ganzen Fall gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auch schon morgen wieder zur täglichen Dosis Trash. Vielleicht schon mit dem ersten Livestream von Jeremy Pascal zu diesen ganzen schweren Vorwürfen. Und dann sehen wir uns auch schon mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auch schon mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auch schon mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns auch schon mal in die Kommentare. Vielen Dank.